Kardiale Resynchronisationstherapie oder CRT Ein gesundes Herz pumpt gleichmäßig und synchron Blut durch den Körperkreislauf und versorgt ihn so mit Sauerstoff und Nährstoffen. Die rechte und die linke Kammer pumpten das Blut in den Körperkreislauf. Gesteuert werden die Pumpbewegungen des Herzens durch elektrische Impulse. Diese breiten sich synchron im linken und im rechten Schenkel aus. Mit der Erregungsausbreitung ziehen sich die Kammern gleichzeitig zusammen. Ist die Reizleitung im linken Herzschenkel blockiert, spricht man vom Linksschenkelblock. Der linke Schenkel ist blockiert und der elektrische Reiz wird nicht weitergeleitet. Hierbei werden die elektrischen Impulse zuerst in die rechte Kammer weitergeleitet. Danach gelangen sie verzögert in die linke Kammer. Die zeitverzögerte Erregung in den Kammern führt zu ungleichmäßigen Pumpbewegungen des Herzens. Die Pumpleistung nimmt ab und der Herzmuskel wird geschwächt. Ein Gerät zur kardialen Resynchronisation oder CRT kann das gleichmäßige Zusammenspiel der beiden Kammern wiederherstellen. Das Gerät wird über einen kleinen Hautschnitt unterhalb des Schlüsselbeins implantiert und über drei Elektroden mit dem Herzen verbunden. Mit der Vorhofelektrode kann das CRT-Gerät die Vorhoffrequenz überwachen. Das CRT-Gerät antwortet mit elektrischen Impulsen, die über die Kammer-Elektroden zeitgleich in die Kammern geleitet werden. Auf diese Weise kann die Blockade im linken Schenkel überbrückt und die Pumpbewegung synchronisiert werden. Jeder Impuls der Kammer-Elektroden synchronisiert die Pumpfunktion. Die kardiale Resynchronisation verbessert so die Herzleistung und Lebensqualität dieser Patienten. Die kardialen Resynchronisation der Kammer-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden. Die kardialen Resynchronisation der Kammer-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden-Elektroden